Ein junger Kavalier ging Hand in Hand mit mir. Vor ein paar Stunden gingen wir spazieren. Ich hab gefunden, er passt gut zu mir. Es war mein erstes Stell-Dich-Ein, ich war mit ihm allein. Ins Tagebuch schreib ich heut ein. Ein junger Kavalier ging Hand in Hand mit mir. Ein junger Kavalier, er war so nett zu mir. Er ist ganz sicher über 20 Jahre und trägt die Haare nicht im Tango-Schnitt. Er spielt, klackt, wie er uns sagt.